Die 2. Fußball-Bundesliga 2021-22 ist die beste deutsche 2. Liga aller Zeiten. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Dass dies stimmt, das sieht man alleine schon, wenn man sich das Viertelfinale des DFB-Bokal anschaut. Mit Pauli, Hamburg, KSC und Hannover 96 hat man glatt 4 Zweitligisten in der Runde der letzten 8. Zwar scheiterten die meisten dann auch im Viertelfinale, aber nachdem der Hasso gegen KSC im Elfmeterschießen gesiegt hat, hat man immerhin einen Zweitligist im Halbfinale. Wenn der Hamburger Sportverein es schafft, das Unmögliche möglich zu machen und am Ende noch ins DFB-Bokalfinale einzieht und dies sogar dann noch gewinnt, ist der HSV, auch wenn sie den Aufstieg in die 1. Liga nicht schaffen, für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2022-23 qualifiziert. Im heutigen Video zeige ich euch 4 Fußballvereine, die während der 2. Liga am Europapokal teilgenommen haben. Nummer 4, der FC Zürich 2016-17 Die Reise des FC Zürich im Mitte der 2010er war echt turbulent. In der Saison 2014-15 stande der Verein in der Rückrunde noch auf den 1. Platz, rutschte aber nach einer Niederlagenserie von Platz 1 auf Platz 3 ab. In der Saison 2015-16 lief es für Zürich sportlich nicht so gut und man musste den Gang in die 2. Liga hinnehmen. Obwohl ein Abstieg immer von schlechten Leistungen und schlechter Führung zu verschulden ist, sah es beim Schweizer Pokal ganz anders aus. Dort kam der FC Zürich bis ins Finale, gewann dieses 0-1 gegen den FC Lugano und dadurch spielte man 2016-17 nicht nur in der 2. Liga, sondern auch in der Gruppenphase der UEFA Europa League. In der UEFA Europa League war der Klub gar nicht so unerfolgreich für einen Zweitligisten. In der Gruppe L stand der FC Zürich auf den 3. Platz, zwar hinter FC Villarreal und Osmalispor, dafür mit 6 Punkten eine bessere Tordreferenz vor den rumänischen Rekordmeister Steuabukarest. In die Runde der letzten 32 kam der Schweizer Klub zwar nicht, dafür sind sie im selben Jahr wieder in die 1. Schweizer Liga aufgestiegen. Nummer 3, der 1. FC Union Berlin 2001-02 Die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts sind Zeiten, woran sich viele Unioner sich gerne zurückerinnern. Damals war Union kein internationaler und deutschlandweit bekannter Erstligist, sondern die Köpernicker spielten zu dieser Zeit in der Regionalliga Nord die dritthöchste Spielklasse Deutschlands. In der Saison 2000-2001 hat der Klub geschafft, in die 2. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Gleich im selben Jahr schaffte es Union Berlin bis ins Defi-Pokalfinale. Dort scheidet man leider aber an den FC Schalke 04 mit 0 zu 2. Da aber Schalke als Vizemeister schon für das internationale Geschäft qualifiziert ist, darf der 1. FC Union Berlin 2001-2002 am UEFA Cup teilnehmen. Das Spiel in der ersten Runde des UEFA Pokals ging gegen den FC Hake aus Finnland, die man mit 1 zu 1 und 0 zu 3 überwinden konnte. Das zweite Spiel in der zweiten Runde ging dann gegen den bulgarischen Fußballverein Liteks Lovetsch, gegen die man leider ausschied. Nummer 2, Birmingham City 2011-12 Als Birmingham 2007 den Wiederaufstieg in die höchste englische Spielklasse geschafft hat, hat der Klub aus der zweitgrößten Stadt Englands es hinbekommen, sich wieder fest in die Premier League zu etablieren. Nachdem der Klub von einem Hongkonger Unternehmen übernommen wurde, wurde der Klub in der Premier League 9. Die höchste Liga-Platzierung seit über 50 Jahren. Ein Riesenerfolg für den ganzen Verein. Leider blieb der Erfolg nicht von Dauer, Denn in der Saison 2010-11 musste der Klub mit dem 18. Platz den Gang zurück in die zweite englische Liga einnehmen. Im selben Jahr als der Verein abgestiegen ist, wurde ein zweiter Liga-Pokal in England eingeführt. Genau diesen neuen englischen Pokalfettbewerb gewann Birmingham City durch ein 2 zu 1 Last-Mills-Sieg gegen Arsenal und der Absteiger ist tatsächlich für das internationale Geschäft 2011-12 qualifiziert. In der UEFA Europa League angekommen, machte der Absteiger Birmingham keinen schlechten Eindruck. Dort holte man in der Gruppe H insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Während Birmingham in der Championship die zweite Liga Englands im Mittelfeld rumtanzt, haben die Blues nur zwei kleine Punkte gefehlt, um ins Europa League 16. Finale zu kommen. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es noch einen Bonus. Obwohl der FC Vaduz größtenteils in der Schweizer Zweitwässigkeit kickt, noch nie den Schweizer Pokal gewarnt und wenn es mal ab und zu meiner ersten Schweizer Liga spielt, nie auf einem internationalen Quali-Platz stand, nimmt der FC Vaduz trotzdem regelmäßig an jeder Qualifikationsrunde der UEFA Europa League teil. Der Grund, warum der FC Vaduz unabhängig von der Tabellenplatzführung immer für das internationale Quali-Rundensystem qualifiziert ist, ist, dass der FC Vaduz neben der Teilnahme am Schweizer Liga-Betrieb auch am lichtensteinischen Pokalwettbewerb berechtigt ist und auch diesen regelmäßig gewinnt. Da der lichtensteinische Fußballverband Mitglied der FIFA ist, hat das Land recht auf einen internationalen Qualifikationsrundenplatz. Da sie keine Liga haben, sondern nur einen Pokalwettbewerb, muss da halt der Pokalwettbewerb her. Und weil Vaduz den eben jedes Jahr gewinnt, darf es unabhängig von der Tabellenplatzierung an der Europa League Qualifikation teilnehmen. Aber für die Europa League qualifiziert haben sie sich noch nie. In der Theorie könnte auch ein Verein aus der 6., 7. oder 8. Liga aus der Schweiz international spielen, wenn sie aus Lichtenstein kommen und wenn sie den lichtensteinischen Pokal gewinnen. Auch Alemannia Aachen als Zweitligist spielte mal international. Von 1999 bis 2006 spielte Alemannia Aachen in der 2. Fußball-Bundesliga. Zwischen 2003 und 2005 belegte der Klub dreimal in Folge den 6. Platz. 2004 war die Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga so nah wie zu dem 1. Bundesliga-Aufstieg 1967 nicht mehr. Sie standen zwar vor dem letzten Spieltag auf einem Aufstiegsplatz, aber verloren leider gegen Karlsruhe und damit auch den Aufstieg. Unvergesslich wurde es für die schwarz-gelben Aachen am DFB-Pokal. Dort schlug man im 8. Finale Eintracht Braunschweig 0 zu 5, im Viertelfinale den FC Bayern München 2 zu 1 und im Halbfinale Borussia Mönchengladbach 0 zu 1. Alemannia Aachen kam also als einer von 13 Zweitligisten jemals ins DFB-Pokalfinale. Dieses Finale gewann aber am Ende Werder Bremen mit 2 zu 3. Da aber Werder in diesem Jahr auch deutscher Meister wurde, durfte Alemannia Aachen am Europapokal 2004-2005 teilnehmen. Dort schafften sie es mit 7 Punkten auf Platz 3 die Krummphase zu überstehen. Haben sie es geschafft als erstes Zweitligateam in der Geschichte des Europapokals ins 16. Finale. Dieses verlor man jedoch gegen AC Alkmaar knapp mit 2 zu 1. Ein Jahr später, 2005-06, gelang es der Traditionsklub wieder in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Heute spielt Alemannia Aachen nach mehreren Insolvenzverfahren und Auf und Abs in der Regionalliga West. Und selbst dort spielt der Klub nur noch eine mittelmäßige, gar gar keine Rolle. Wenn ihr noch wissen wollt, welche heute unbekannte Fußballvereine meiner Champions League gespielt haben oder warum Lionel Messi mal ein Spiel vor Delico Madrid bestritten hat, dann klickt oben links oder unten rechts in der Endcard. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und schreibt einen Kommentar. Das war's im Video. Bis nächstes Mal und ciao.